Aldemar. HD. Ptsch. Toll. Ohne den Reaktor kommen wir nicht mehr nach Hause. Ganz ruhig eins nach dem anderen, Serena. Wenn die Allianz diese Schiffe in die Finger bekommt, wäre das das Ende des Krieges. Wir werden die Chance nutzen, der Menschheit etwas Hoffnung zu schenken. Ich weiß, es ist keine einfache Entscheidung. Aber es ist die richtige. Spirit of Fire, hier ist Forge. Er ist eingepackt und einsatzbereit. Liefern Sie das Paket wohlbehalten ab, Sergeant. Setz den Kaffee auf. Ich bin zurück, bevor er fertig ist. Ich werde Sie von hier aus beobachten, Sergeant. Naja, es wäre recht offensichtlich, wenn er Erfolg hat. Vector 397 hier. Stabilisatoren sind ausgefallen. Wir können sie nicht tragen. Stirbten ab. Macht Platz da, wir setzen die Fracht ab. Ich will keine Risiken mehr eingehen, um den Kern einzufliegen. Wir verlegen die Operation auf den Boden. Oh, sehr gut. Jetzt komme ich ins Spiel. Hey Leute, hier ist alle mal mit. Der Kern ist verdammt schwer. Halo. Setzen Sie Elephants ein, um Ihnen die Rampen hochzuziehen. Cool. Fahrzeuge mit ausreichend hohem Drehmoment. Okay, bauen wir erst mal. Versorgung, Versorgung, Energie. Pass auf, machen wir mal. Oh, tschüss. Habe ich jetzt hier gerade... Oh, da hat man ja ganz gerade mein Mikrofon geknackst. Hoffentlich stirbt es nicht. Das wäre nämlich blöd. Okay. Ist alles gut, oder? Ich habe Angst. Nicht, dass es kaputt geht. So, ähm... Äh, das, das, das. Pass auf, ich überlege, ob wir mal was ändern. Aber eigentlich ist doch egal. Hier ist ein Elephant. Bauen wir direkt mal einen, würde ich sagen. Dann brauchen wir eigentlich auch nicht die Kaserne. Dann machen wir dafür das da hin. Und... Einen zweiten Generator. Und dann upgraden wir. Können wir mehr Kohle reinholen. Pass auf. Oh, wir haben. Haben wir ein Zeitlimit? Ne, haben wir nicht. Okay, gut. Dann ist gut. Das sind zum Beispiel Wolverine Flugabwehr. Kann ich auch irgendwie... Ich weiß, ich habe mir super viele Hotkeys gegeben. Aber ich habe alles wieder vergessen. So, dann haben wir jetzt hier einmal ein Fahrzeug gebaut unbedingt. Nur warten, bis es geupgradet ist. Oh, wir haben gut viele Ressourcen am Anfang. Ah, das geht gut. Dann können wir auch da rein momentan. Das geht auch. Oh, guck mal. Cooles Zeichen. Ja, ich glaube, es geht nicht mehr lang. Wir haben, glaube ich, bald das Spiel durchgespielt. Und dann geht es direkt weiter mit Halo 2 Wars. Halo Wars 2. Entschuldigung. Und dann habe ich noch ein paar andere Halo-Spiele, die wir spielen können. Bis mal Reach da ist oder so. Das müssen wir upgraden. Das müssen wir upgraden. Das müssen wir upgraden. Das müssen wir upgraden. Meine Güte, das brauchen wir alles 10 Jahre hier. Versorgungsmodul aufgerüstet. Wir könnten mal erkunden. Los, los, los fahren. Darin ist nichts mehr. Okay, wir müssen sowieso da lang. Hier ist nicht viel zu erkunden. Versorgungsmodul vollständig. Sehr schön. Upgraden. Schütze erforscht. Schütze erforscht. So, da haben wir das Fahrzeugdienst. Wollen wir denn Flieger bauen? Das ist die Frage. Eigentlich können wir das auch lassen. Wir haben Elephant für Dingesbummens. Für Bodentruppen. Das brauchen wir. Und dann machen wir noch eins. Was soll's? Müsst ihr gut hinhauen. Ne, haben wir noch gar nicht gebaut für Fahrzeuge. Entschuldigung. Jetzt haben wir es. So. Das brauchen wir. Und dann brauchen wir das noch. Und dann brauchen wir mal den ersten Elephant oder so. Mann ey, das haben wir aber auch hier gebaut. Das können wir gleich machen. Ich weiß ja nicht, ob wir angegriffen werden. Was war das denn jetzt? Kommt schon der erste Angriff? Oh, guck mal, von hinten. Da kann was landen, glaube ich. Komm, wir gehen mal gucken. Zieh los. Los geht's. Dumm. 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 Ach, was soll's. Besser ist, wir bauen die Dinger. Schon da. Ich wette, die landen da. Oh. Kann losgehen. Oh, der Biosar. Sehr schön. Grenadier erforscht. Oh, da haben wir auch noch was. Das haben wir danach. Die da. Los geht's. Kommen wir das aber jetzt gut pushen hier. Nicht schlecht. Ich mach hier auf jeden Fall auf Luftabwehr. Ich weiß, ich kann hochzoomen und so. Aber wenn wir jetzt besser, wenn wir näher dranbleiben, dann seht ihr das Spiel besser. Ich hab ja immer noch die Minimap. Also ist das auch gut. Komm, jetzt bauen wir aber mal hier. Ich will nicht Gauss bauen, glaube ich. Ich glaube, ich bleibe lieber bei den Gatlings. Bauen wir jetzt erstmal ein Elephant. Und, äh, jetzt bauen wir ihn. Wir brauchen unbedingt das hier. Warte mal, wo ist es? Äh, Reserven. Oh, mittlere Mapfeuer. Das kann man auch gut gebrauchen. Und das, das und dies und jenes. Dann hol du das mal. Wir warten lieber auf die Upgrades. So, jetzt Reserven. Ach nee, ach du, ich sag 500. Aber es geht ja schnell, Gott sei Dank. Geschütz vollständig. Geschütz vollständig. Und Reserven. Sehr schön, jetzt haben wir das Ding gut geupgradet. Oh, es geht los. Schon da. Verstanden. Der Kern wird beschädigt. Ich kann mich gar nicht mehr an die letzte Mission erinnern, weil er ist jetzt ein paar Tage her, wo ich gespielt habe. Können wir überhaupt irgendwas zum Schießen? Na, nur Granatwerfer. Nein, die Luft hat mir Dinger. Guck mal, funktioniert super. Bringen Sie den Elephant zum FDL. Mit der rechten Maustaste. Ah, funktioniert super. Ich glaube, er ist kaputt. Gucken, ob ich den aufbauen kann. Der funktioniert ja super. Oh nein, hoffentlich haben wir jetzt hier nicht ein Dead End. Ah, sehr schön. Schlamm. Flammen-Wardhawks. Vorwärts. Damit kann ich auch die Kamera drehen und so. Das ist jetzt ein Problem. Ich brauche mal noch ein Elephant. Jetzt müssen wir den beschießen lassen. Mal hier weggehen. Ja, das ist das Problem, my lady. Sofort, sofort. Okay, wir suchen mal den anderen Elephant. Vielleicht geht das ja. Alles mit dem Schießen geht nicht. Vielleicht kann er es ankoppeln. Komm, du schaffst das. Du bist ein großer Junge. Ich glaube, wir haben ein Problem. Hätte ich mal zuerst so einen blöden Elephant gebaut. Das gibt es doch nicht. Scheiße. Komm, wir suchen mal aus. Ah, es funktioniert. Ich wollte gerade neu starten. Oh Gott. Komm, wir reparieren den direkt mal. Oh Mann ey. Ich dachte schon. Wollen wir 10 davon. Beschütze upgraden. Wir brauchen hier Luftabwehr wahrscheinlich. Pass auf, wir machen hier Luftabwehr. Das ist einmal. Ein Panzer können wir auch gleich bauen hier. Oder wir sparen mal gerade auf Dingensmoments. Dann. Der kommt mit für Infanterie. Geschützt aufgerüstet. Okay, dann los geht's. Wenn der Elephant auf der Rampe zerstört wird, rollt der Kern wieder zurück. Und das wird dann recht unschön. Ja, dann müssen wir schnell hochfahren. Feindlicher Angriff. Und hier bauen wir uns auf. Oh oh. Bring sie den Kern dorthin und vermeiden sie unnötige Erschütterungen. Ah toll, fängt ja gut an. Ich hätte mit weniger Widerstand hier oben gerechnet. Oh, das ist nicht so gut, was wir hier tun. Das sieht nicht so gut aus. Gut, vielleicht sollte ich jetzt noch die Ghostinger holen. maximale Population erreicht. Ich habe überhaupt nichts zum Ballern hier. Ah, hier. Da rein. Da rein. Dann haben wir Power. So, und ohne eine Infanterie sollte auch helfen. Sehr schön. Weiterschießen, weiterschießen. Einfach aufs Hauptgebäude. Einfach weiter aufs Hauptgebäude feuern. Weiter feuern, weiter feuern. Und mal zwei Warthogs. So, jetzt können wir endlich mal upgraden. Doch schon Panzer gebaut, oder nicht? Ah ne, wollte ich... Feuern! Cool. Da, Salbenfähigkeit brauchen wir. Da ist der Panzer. Ab nach oben, mein Freund. Boah, ich muss auch Truppen damit auffassen. Ich glaube, ich sollte nicht zu viele bauen. Mann, der ist schon echt nicht schlecht, ne? So viel zu der Basis. Denn, 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 denn. Äh... Ah, lassen wir uns mit den Ressourcen fahren. Wir müssen jetzt eine zweite Basis bauen. Die sind fünf Sekunden dünn. Oh, die sind auch hier. Wo kommen die denn jetzt von mir her? Das gibt's doch nicht. Was liegt denn da? Was ist denn das denn da? Wir müssen uns jetzt erstmal hier wegfahren. Ähm, in Regeln. Ach, die explodieren. So, von wegen einsammeln. Bin unterwegs. Aber das können wir einsammeln. Feindlicher Angriff. Und da sollten wir hin. Und dann boom. Und dann opfern die sich alle. Und deswegen hört man niemals von denen. Keramikpanzerung. Das ist doch gut. Station vollständig. Gerade erstmal upgraden. Flieger. Machen wir auch nochmal Fahrzeuge rein. Geschütztürme. Ich glaube, den zweiten Teil können wir auf einer Stufe schwerer spielen. Oder? Ich weiß nicht. Ist mal so ein bisschen... Äh... Ich würde wahrscheinlich immer auf schwer spielen. Aber als Let's Play muss man nur mal aufpassen. Also, manchmal kann es dann so schwer sein, dass ich mich schon so oft neu spielen muss, dass es aber viele... schon mehrere Stunden braucht. Oh, jetzt kommen hier die Wächter. Sofort. Wir fahren dann schon mal weiter. Okay, pass auf. Dann müssen wir es doch upgraden auf die Dingens. Machen wir nochmal ein paar, ne? Was wir da reinbauen, warten wir noch. Wir reinen jetzt mir die Kanonen noch nicht ab. Wir fahren jetzt direkt ganz nach oben. Sehr schön. Vorwärts, vorwärts! Einfach nach oben fahren! Einfach weiter! Ignoriert die Verluste! Ich bin bereit. Kein Problem. Verstanden. Ah, guck mal. Infizierte Dingens. Wart auf Befehle. Verstanden. Gehen los. Das ist die Klacks. Ich hätte jetzt schon mehr Gegenwehr gerecht. Ich komm, jetzt kommen wir in die Fluts. Oh, keine Angst. Das ist nicht lange weh. Ist aufgetankt. Ah nein, der Warthog! Lustig. Schicken wir uns rein. Okay, jetzt müssen wir dann unbedingt Fahrzeuge bauen. Und Flieger! Oh, da ist irgendwas auf der... Schieß erstmal alles platt. Schütz vollständig. Ja, da wollen wir. Was soll jetzt? Luftfahrzeugdepot vollständig. Luftfahrzeugdepot. Hier, Bordschützen. Hier, die Walscher brauchen wir. Stimmt ja! Da müssen wir jetzt noch einen Kernupgraden. Brauchen wir 1200 Punkte nochmal. Oh, ist noch irgendwas? Wir müssen noch weg. Wir müssen auch noch, äh... Raketenwerfer für die... Achso, dafür brauchen wir ja Dingensbummens. Was haben wir denn hier gebaut? Versorg uns mal weg. Infanterie-Upgrades. Fahrzeugdepot vollständig. Ups, Blüphos, das wollte ich gar nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich noch weiterfahren sollte. Wir warten nochmal kurz. 1200. Bam! Haben wir das nämlich auch schon mal. Ich will jetzt endlich mal eine Voucher richtig benutzen. Sonst hatten wir mal gewonnen. Am Schluss. Eine Voltour. Oh. Highspeed-Geschützturm. Wie kann ich die eigentlich hier loswerden? Mit, äh... Das habe ich jetzt... Flammenwerfer oder wie? Boah, Alter, das geht zu schnell. Guck mal, wie die Kohle reinsprudelt. Wir bauen jetzt direkt ein. Kaserne! Oben, ne? Was soll's? Was soll's? Mega-Sperrfeuer. Verdoppelte Raketen hat halt pro Salve der aktiven Sperrfeuerfähigkeit. Regeneration-Teile-Ziele. Super. Dann wollen wir mal. Passiv. Okay. Ich glaube nicht, dass es allzu lange dauert, bis wir da oben sind. Aber ich will halt... Vorbereitet sein. Der ist er! Sehr schön. Dann sollten wir uns ja nichts mehr aufhalten. Okay, dann warten wir mal, bis er da oben hingeflogen ist. Kann er auch transportieren, das würde ich mir gerne wissen. Ja, überall hochfliegen ist das Tolle. Ähm... Ein paar kleine können wir auch noch mal bauen. Achso, ich wollte ja Raketenwerfer fahren. Auch. So, da ist er. Und weiter. Fliegen wir! Ich mag dieses Formationsfahren. Damals in den Strategie-Spielen gab's das überhaupt nicht. Ich glaube, Age of Empires war, glaube ich, das erste Spiel, oder? Wo die Truppen dann so kleine Formationen gebildet haben. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ich kann mir auch täuschen. Bam, bam! Sperrfeuer-Upgrade erforscht. Verstanden! Los geht's! Mach die fertig! Das ist ein Panzer. So, gleich hinüber. Sperr erforscht. Ich warte noch mit dem Sperrfeuer. Ach, es währt noch auf. Verwärts! Heile Ziele! Endlich wieder guter Soundtrack. He-he-he! Bam, 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 bam! Okay, uns fehlt Dingens. Können wir mal upgraden? Schau mal auf. Oh, schau sein Gefecht. Naja. Ja, ja. Das finde ich gut mit dem Anhänger, ey. Oh Mann, ist das Ding gut. Okay. Sanitäter noch dazu holen. Können wir gut gebrauchen. Okay. Radar-Störer erforscht. Bauplatz. Verstärkungen erforscht. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber wenn es da steht, ist es besser, als wenn es nicht da steht. Weil, äh, die ja auch Verteidigungsmechanismen haben, die wir dann bauen können, falls da Leute landen oder so. Rein da. Können wir einen hier einsetzen? Das geht aber bestimmt. Schade. Dann da rein. Oh, guck mal, die schießen von selbst, die Raketen wir erfanden. In der... Das wusste ich gar nicht. Fände ich nämlich gut, dass einer halt mal ihre Bonis von selbst benutzen. Wollen sie mal so ein bisschen... Äh, nee. Okay. Machen wir aber nur einen kleinen erstmal, das soll ja reichen, wo ich viel pünktlich kriege. Pass auf. Und dann kommt gleich was richtig krasses. Und dann haben wir den Salat. Oh, hier sind auch noch ein paar. Geschützt, aufgerüstet. Können wir auch noch einen Waldscher bauen, aber... Fahrzeugdepot, vollständig. Geschützt, vollständig. Macht die ganze Zeit die Dinger hier wieder platt. Feindlicher Angriff. Ah, da sind die Hornets. Versorgungsmodul vollständig. Geschützt, vollständig. Hornets nach oben. Du auch. So, nochmal drei Hornets dazu. Festungserweiterung vollständig. Sollte erstmal reichen. Die können ja dahin gehen. Versorgungsmodul vollständig. Ach ja, die sind ja auch super Lüfterbär hier. Und weiter. Schade, dass die nicht in Formation fliegen. Das lassen wir lieber hinten, sonst werden sie gleich abgeknallt. Ja, hier sind wir zu dem. Aber klar doch. Pass auf, wo ist die Dinger vollständig. Ja, Feuer geht das. Oh, nein. Befehle. Oh, jetzt ist vollständig. Schnell hochfahren, bevor du wieder runterfällst. Fandlicher Angriff. Der Kern wird beschädigt. Die Regeneration ist eine viele. Die maximale Population erreicht. Oh, oh. Nein, Woldscher. Nein, Woldscher. Weiter feuern, weiter feuern. Verstärkung holen. Egal, du schaffst das schon. Boah, die sind mal nicht schlecht, die von denen. Mann, ich würde die so gerne spielen, ne? Also, ich muss jetzt bestimmt beschützen. Oh, es sei denn, es kommt direkt die, äh... Ah, vorbei. Okay, Leute. War eine halbe Stunde. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.